Hallo, hallo! Ja, nice. Ich gehe doch direkt links rüber nach der D'Avant Ranch. Also... Ich gehe direkt vor meiner Nase. Weil die Karte noch nie so sieht. Das sieht ultra groß aus. Aber das ist alles ziemlich... nicht klein. Okay, get ready! Go! Eine neue Hunting-Round. Das sieht gut aus. Was ist da drin? Kann sich nicht bitten? Nice! Ich weiß nicht mal, wie es aussieht Der erste Hinweis Ah, ok Gehen wir jetzt nach das Slaughterhaus Sofort hin Geil Ja, da ist mir ein X markiert Das gibt es ja gar nicht Die Frage ist, so ist es auch für die anderen markiert Die Runde fängt gut an Ja, das ist glaube ich gut Ich habe durchgehend 30 FPS Ist ja schon mal durch Ich glaube da drin ist noch ein Hinweis Wir hätten in der Schone drin Wir hätten in der Schone drin Ja, da drin ist das nächste Ja, da drin ist das nächste Kann ich die ganze Zeit in dem Monus bleiben? Geil Okay, jetzt gehen wir zur Schöppe Zur Schöppe, zur Schöppe Jetzt gehen wir zur Schöppe Zur Schöppe, zur Schöppe Rennen. Ich hab' gut aufgeweht. da musst du echt aufpassen ey so läuft es kaum noch umgehen da braucht es gar nicht hin oh ich bin auf kitfisch grove das ist aber ich so richtig geil fand Ah, nicht die Typen, ey. Dann sind wir schon auf dem richtigen Weg. Ja. Ich muss mir ein bisschen Mutti sparen. Weil da oben sind so gut wie keine Karren, wo ich mich wieder aufladen kann. Was heißt denn da? Der Scheffel auf Madonna. Naja, okay. Muss man es irgendwie bis da durchbeißen. Ah, der hinten wird geschossen. Also Vorsicht walten lassen. Wunder nicht vom Spiel abgeknallt werden. Ich bin ein bisschen dran. 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 Was ist hier? hier ist das feuer port rica ich hab's lokalisiert wie geil ich krieg jetzt grad ein bisschen ja ich hab mich erwartet hier auch noch kein da sind wir hier drin da sind wir hier drin ach du scheiße alter ist das denn geil ist das denn ich liebe sowas ne echt schon boah ist das fett ey da typen grad schon welche die spider oh shit ey ich glaub die ist da drin ich glaub die ist da drin sind da schon welche drin das fies der typ ist draufgegangen der die getötet hat da sind wir toll das ist auch benching heißt beschützen gleich ach du scheiße ach du scheiße der war wirklich schneller obwohl ich schon so schnell die pols gefunden hatte jetzt hat sich das game wieder aufgehangen oder was warten wir einfach vielleicht steht da irgendwas boah der kam da einfach um im eck und hat mich geschmiert ey der wird mir grad schon von oben an reingeschossen haben und dann die 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 Vielen Dank.